Ich habe mal gehört, die Juden selbst sind gegenüber der Kabbalah sehr kritisch. Also nicht jeder darf das studieren oder es ist irgendwie so geheimnisumwoben. Woher haben denn die Kabbalisten die Erlaubnis, dass jetzt auch zum Beispiel Nichtjuden oder Atheisten oder Leute, die überhaupt die Torah noch nicht studiert haben, dazu ermutigen, die Kabbalah zu studieren? Das ist eine interessante Frage. Und Balzolam, der größte Kabbalist des 20. Jahrhunderts eigentlich, nach den Werken von ihm lernen wir auch die moderne Kabbalah. Der ist Nachfolger von dem größten Kabbalisten des 15. Jahrhunderts oder von Neuzeit, kann man auch sagen, Ashkenazi, Ari, also Ezak Luria Ashkenazi. Und er sagt Folgendes, dass die Erlaubnis ist da, weil wir bereits den Zugang zu diesen Texten bekommen haben. Der Schöpfer kümmert sich darum, dass wir bereits diesen Zugang bekommen und dass die Kabbalah sich offenbart jedem. Ja, Internet ist dafür auch erschaffen worden. Auch verschiedene Arten der Medien, dass man leichteren Zugang bekommt, Übersetzungen, Videoübertragungen. Also genau das ist die Generation, die jetzt diesen Schritt in die Weisheit der Kabbalah machen darf. Ja, weil die ganzen Mitteln sind auch dafür da. Und hätten wir kein Erlaubnis gehabt, würden wir nicht mal ein Buch finden, ja, würden wir nicht mal einen YouTube-Kanal öffnen können, ja, hätten wir kein Erlaubnis von oben bekommen. Das heißt, solange die Mittel, die Türen sich öffnen, so steht das quasi, so interpretieren die Kabbalisten, das Erlaubnis ist bereits erteilt. Ja, und wir sind auch die letzte Generation nach so vielen Jahrtausenden, die bereits ohne Verbindung zu Kabbalah quasi ihr Leben lebten, wo es uns oder auf uns liegt, also diesen spirituellen Aufstieg zu machen. Ja, wir sind auch, also Dor-Acharon, also letzte Generation, die im Prinzip diesen Inkarnationszyklus auch beenden darf. Ist das, wissen Sie, ist gemeint mit der letzten Generation? Der Ari hat ja schon geschrieben, die letzte Generation, und das würde dann im 16. Jahrhundert oder so anfangen, nicht? Der Bala Solam schreibt auch von der letzten Generation, jetzt, der normale Mensch denkt, eine Generation dauert 25 Jahre maximal. Wie ist denn das in der Kabbalah gemeint? Ist es ein längerer Zeitraum? Ist es eine spezielle Entwicklung dieser gesamten Seele? Das ist auf jeden Fall eine Stufe. Eine Stufe, und wir lernen, dass es 6000 Stufen gibt, bis man beginnt, aus dieser materiellen Welt wieder herauszukommen. Ja, wir befinden uns, das passt übrigens komischerweise mit dem jüdischen Kalender zusammen, obwohl die ersten Kabbalisten gar keine Juden waren. Die waren einfach Menschen, die spirituelle Kraft offenbart haben, den Schöpfer offenbart haben, beginnend mit Adam, Arishon, durch Avram, durch Moses, durch Rabbi Shimon Bar Yochai, durch auch Ari oder Bala Solam. Das waren eigentlich am Anfang gar keine Juden überhaupt. Auch Religion war damals noch nicht in der Form vorhanden, dass man dann später, dafür gibt es auch Gründe, dass man später auch Religionen gegründet hat, als Judentum oder Christentum oder Islam. All das hat natürlich, das lernen wir auch, einen Sinn. Aber ein Kabbalist ist jemand, der eigentlich eine Verbindung mit der höheren Kraft hat. Und dort gibt es keine entsprechende Religion. Und diese 6000 Schritte oder Stufen, das ist im Prinzip das, was die Seele in der materiellen Welt durchlaufen muss, um dann sich von dieser Materie zu befreien und auf eine neue Stufe, eine neue Verbindung mit dem Schöpfer zu kommen. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir haben uns gefreut, dass ihr heute wieder bei uns wart, bei Kabbala Soulmates mit Elli und Boris. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank, Elli. Vielen Dank, liebe Zuschauer. Bis dann. Tschüss.